So, wir sind angekommen auf Burg Abendberg. Ihr schaut unseren Vlog vom Feuertanzfestival. Wir sind auch schon da. Es ist viel zu früh, aber die Menschen sind schon fleißig hier. Und schön ist es hier auch. Können schon wieder einen Kaffee vertragen. Wollen wir mal einen suchen gehen? Komm, wir suchen mal einen Kaffee. Jetzt suchen wir den Backstage und Kaffee natürlich. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, Freunde. Wir sind fertig mit unserem Konzert. Ist mal mega. Die Leute haben richtig Bock hier. Immer im Süden, ne? Haben die Leute Bock. Feuertanz. Wir gucken jetzt, dass wir unser Zeug zusammengepackt kriegen und dann sehen wir uns nächstes Mal. Thank you. Tschüss.